so leute das sind wir wieder mit unserem 6 kassandra wieder wie immer so kurz auf der karte herumgeschaut und dann krieg sie sehen da ist eine synchronisation um die wir uns gleich ein kassieren kassandra sieren ist das so schön heißt ich glaube wir nehmen es fiert nehmen Da ist ein Busch. Die schreit auch, wenn wir was zusammenziehen. Los! Dann reiten immer schön Y drücken. Sonst vergisst man was zum Einstecken. Wenn man vorbei reitet. Komm rauf da. Was ist mit dir? Das ist ein Acht. Tempel des Armates. Wo? Hinter mir? Ja. Da müssen wir jetzt glaube ich klettern. Und das Pferdchen nicht hoch. Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp! Hier! Oh! 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 Ekel rauskommen! Flieg und Sieg! Oh je! Hammer das! Schnellreise verwirkbar. Sehr gut. Ah, da war irgendwo ein Tempel jetzt, ne? Warte mal. Ne, den Tempel habe ich da gehabt. Ob da war da irgendwas? Keine Ahnung. Was könnte man jetzt machen? Gute Frage, nächste Frage. Was ist denn das da wieder? Das ist der Händler, ne? Was machen wir jetzt eigentlich? Ich werde mal größer zusammen da aufmachen. Banditen. Bölen Siegler ab. Oh! Hm. Die Spatianische Schiffe zu stellen. Wie schauen die aus? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ist das auch im 13er Gebiet, ne? Ich würde sagen, wir mischen das mal auf da, das Gebiet, ne? Ja. Und dann können wir wieder uns um die Hauptstory. Schauen wir gleich zu den Typen da runter, da vorne. Du! Was hast du hier zu suchen? Das frage ich dich. Warte mal. Kann ich ja mitnehmen alles. Was? Gibt da drin schon was? Danke. Okay. Äh, Icarus? Du findest sicher was, ne? Alter Spezi. Ja, schauen. Da hat er schon was gefunden für uns. Okay. Was ist denn das? Okay. Die Kiste. Da auch noch mal schauen. Das ist ziemlich safe hier, ne? Ja, dann schauen wir gleich, was die Frau zu melden hat, da vorne. Wer ist das gesehen, ne? Geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Rudolf. Eine Söldnerin. Ich will keinen Ärger, aber wenn du welchen suchst, leg los. Dein Name. Ich bin Cassandra. Manche nennen mich die Adlerfrau. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Und du bist vielleicht genau die, nach der ich gesucht habe. Wirklich? Und wer wäre das? Eine Kriegerin. Eine Jägerin. Eine Verbinderin unserer Welt mit der der Götter. Eine, die sich meiner Herausforderung stellt. So, hört, hört. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich soll ein Schwein erlegen? Er ist kein gewöhnlicher Eber. Sehen wir, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Töte ihn und bringe mir sein Fell. Ich werde warten mit deiner Belohnung. Vielleicht kommt irgendwer mal drauf. Irgendwann nochmal. Vielleicht kommt da irgendwer mal drauf. Wenn wer diese Stelle gesehen hat. So. Warte mal. Ich weiß, was da fehlt. Feuer. Super. Ich will das anfangen. Da. Machen wir mal ein Lagerfeuer. Das geht nicht. So, Cassandra. Wo müssen wir hin jetzt, so, ne? Was ist das? Der Goldene. Der Goldene. Der Goldene. Der Goldene. Komm also mit. Okay. Der Goldene. Das ist mal ein Schwein! Blick mal nach oben. Wie ist denn das überhaupt da? Ich wollte eine Quest, ne? So, Schweinchen, Quest. Legendäres Tier. Ja, gut, dass wir geklebert haben, ne? Komm schon, komm! Komm drauf da! Hm, vielleicht spricht das Schwein mit uns. Keine Ahnung. Hau rück! Okay. Oh, vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Der hat mich schon gesehen. Gewittert hat er mich. Ich verlasse das Kampfgebiet. So. Hä? Wollt er jetzt seine Freunde, oder wie? Ach du Scheiße! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich sehe nix! Warte mal! Warte mal! Ich bin ein Speer besser. Hoppala! Auf Distanz halten das Vieh. 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 Es klingt da nix, glaube ich. Viel was. Dann kommt der noch. Warte mal! Ich hab ein bisschen Gift für dich. Au! Hoppala! Sander! Mach doch nicht so schnisch Sachen mit mir! Eieieiei! Eieieiei! Wie viel Schweine sind das hier? Nicht da! Ah, doch suchen! Hm, das passt! Kommt ja! Hoppala! Kassandra! Ich wollte gerade sagen, der haltet sich zurück, aber nichts! Was? So! Aida! Ist wieder bei mir! Ja! Jetzt ist der Tepper da! Ha! Cool! Ich schäpfe für uns jetzt! Au! Hey! Komm her, Kopfgeldjäger! Ist Arbeit! Arbeit, Arbeit! Mach den Eber mal fertig da! Na, brauchen wir vor Schnafspause! Hoppala! Ich bin schon gemein! Ich bin schon gemein! Ich soll dir nur zwei machen da hinten! Schau dazu! Hoppala! Ich hoffe, der macht ja einen guten Fighter drüben! Na, das ist! Mach das Schwein fertig! Wie viel hat er noch? Ich muss aufpassen, die armen Schweine! Ich muss aufpassen, die armen Schweine! Hihihihi! Der macht ja schon auch den Kopfgeldjäger! Der hilft uns schon, ne? Gar nicht, ne? Ei 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 ei! Was hat er dir jetzt hergeschickt zu mir? Hoppala. Jetzt kommst du, ja? Aua. Oh, du stehst noch. Ja, du nicht mehr. Nika, Sios, äh, der Eifrige, war er mal eifrig. So. Tempel und Daphne das Fell bringen. Festgegenstand. Sehr nice. So. Äh, Schweinsleder. Warte mal, drüben bei Höhlen, ne? Da müssen wir mal Kontrolle machen. Gibt sicher Loot. Oli, Klaus, gibst du was? Äh, jetzt wieder AFK, oder so, keine Ahnung. Mach mal Licht da. Okay. Das ist nicht so richtig gute Höhle. So. Was sind wir da? Was ist denn das Schlachtfeld? Schauen wir mal da vorbei. Das liegt ja auf dem Weg, ne? Schauen wir mal zum Schlachtfeld. Vielleicht gibt es noch Action. Go, go, Kassandra. Huha. Scheiße. Versteck den mal. Eiei. Der macht immer Sachen, ne? Richtige Stuntfrau. Okay. Hier sind wir. Hier sind wir. Leider. So. Dann markieren wir uns die Quest. So. Wohl, warte mal. So, können wir gleich reinbereisen, ne? So. Äh. Schnellreise. Ladebildschirm. Bitte warten. Hold die line. Bitte warten. Hold die line. Bitte warten. Bitte warten. Hold die line. Bitte warten. Sorry, Tom. Ich bin genug. Ich bin da wartet. So. Da, 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 da. Ja, Kassandra. Ich weiß nicht, dass ich da lang. Wie, hallo. Jo, Schöfin. Hast du dich verlaufen? Nö. Hier. Ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Oh, yeah. Ich habe viele Talente. Das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, sie einer Prüfung zu unterziehen. Trag'n wir dir auch besser. Und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen. Als Test. Farben interessieren uns nicht. Mein Leben ist schon legendär. Jeder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Hm. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Oh, yeah. 100. Oh, der baggert aus, also. Uh, einen legendären Bogen haben wir bekommen. Ich hab's gewusst, dass was legendäres im Spiel ist. Yeah. So, weg mit dem Dreck. Ja, her mit den neugenden Stoff. So. Wir werden ja richtig legendär, so. Ah. Okay. Äh, eben. Äh. Das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können. Oder aufgeben. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du etwas voreilig. Vielleicht. Hm. Ich komme zurück, wenn ich die Fälle habe. Immer wieder reden mit den Leuten. Immer wieder reden, ne? Wir müssen jetzt die Fingernägel streichen. Ah, okay. Siehst du, ich mache das ohne anzünden. Das ist einfach so. Ich stecke das Feuer in die Hosentasche rein und dann ziehe ich es einfach raus, wenn ich es brauche. Denn ich bin Kassandra. Die Allmächtige. Auf wieder. Hoppala. Ja, wie finden wir die Fächer jetzt? Warte mal. Äh, boah. Äh, boah. Charakter. Was ist das? L-Löbe, Bären, 37, 45. Äh, was? Äh, boah. Äh, aber den kriegen wir denn mit den legendären Sagen, schon mal. Schö, äh, dinge. Äh. Das hat nur Zeit, nur. Hm. Die Schiffe, die nerven auch schon. Dietenlager. Naja. Mach. Karte rein, Karte raus, immer das gleiche, ne? Aber es ist, es muss halt. Wir mischen jetzt auf, was noch geht. Da ist der Scheiße weiter weg. Ah. Kassandra, stieb uns nicht. So. Auf geht's. Bär. Komm wir da rauf, irgendwo? Ella. Ella? Geht das nicht schneller? Ja, die sind da kaputt. Sind die verwandelt worden? Wie Soldaten oder so? Weg sie. Da rein. Ein Täter. So vor sich hin. Da spaziert er einfach so. Ja, brennt ein bisschen, aber nicht wurscht, ne? Warte mal. Ist das ein Ziel für uns? Mach mal. Komm. Ich kriege uns schon was, was anderes. So, kann ich mich mal herren? Was haben denn die Bärntöterin? Die Sand sind ja bei mir zufrieden und drüben durch, ne? So. Durchsuchen, durchsuchen. Wo ist die da so? Wie schlafen wir oder so? Ja. Wie schlafen wir oder so? Ja. Ich bin gegen die Kröttengebein. So. Zack, 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 zack. Wo ist denn noch einer? Sam? Was ist denn noch einer? Ach, toll. BigPAs. Oh. ich weiß es nicht da gibt es auch nichts da gibt es nix ist ein mikrofon ein bisschen raum geholt aber ja ich lasse mich wieder ablenken machen wir den scheiß dahinten jetzt einmal fertig und dann können wir uns weiter konzentrieren so da haben wir ein bauernhaus was muss man an den hauen so gebauer ich habe die bauern wir sind da hinten irgendwo wir müssen weiter mit das aber hoppala 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 und zack wir müssen das käfig aufschließen hoppala ränder na falsche seite junge so will mich jemand verschaukeln oder was zack so so ist das noch aufstehen klingling das ist auch ein käfig ist da wer drin hi ich danke dir bitteschön bitteschön wiss ich nicht ich fremdsprachen gelernt ne immer so jetzt sind da rein hinten mhm so da kommen wir auch mit rein ich will da rein ich will da rein dann 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 nein geht nicht rein ok ok so wo ist denn unser einsatz ziel jetzt da gewesen was hat das was das ok ok dann starten wir mal ein iguos vielleicht findet ja noch was in der gegend hat haben wir schon abgeklappert ist denn das wie einer hm haben wir das gebiet nein haben wir nicht nur gesäubert da oben sind vier questys ne das da so so kann ich jetzt nicht also wer der iguos bin hm kannst du mal nicht machen naja dann holen wir unser pferd die nicht los aber n das ist die das ist die du hast ja Los, Ella. Jo, wo geht's? Alles hinkriegt? Komm schon. Ich bin die beste Kassandra. Strasse... Voll. Loco, Loco. Ella, Ella. Mh, Loco, Loco. Papi, Papi. Bist schon wieder müde, vielleicht. Ah, ja. Loco, Loco. Loco, Loco. Loco, Loco. Loco, Loco. Loco, Loco. 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 Loco, Loco. Loco, Loco. Loco, Loco, Loco. Loco, Loco. Loco, Loco. Loco, Loco, Loco. Ich kann verwendet nichts. Was ist denn das für Scheiße, oder? Was ist denn das für Scheiße, oder? Was ist denn das? Ja, Kassandra, du bist tot. Wo waren die jetzt, die Gauner? Ach ja. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Wirklich, Kassandra. Wirklich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie wir da reingestürmt sind einfach, ne? Richtig straight ahead, ne? Ja, okay. Hur. Ja, ich glaube, der ist ja auch ein bisschen Wohl. Ich glaube, der ist ja ein bisschen. Ja, ich glaube, der ist ja auch ein bisschen. Und so ist man typen sind in Intiken. Okay, Juleke. Juleke, Master. Ein Fehler Olivenkerne oder was? Keine Ahnung Pink ist die Kassandra Das ist nicht mehr so ein Unterhalt Das hilft nichts Ach ja, wisst ihr? Das ist ja aus, ne? So, lagere Bogenträger Da, 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 da Wolf am Star Das ist wahrscheinlich, äh, Danae Äh Was ist los? So Irgendwem will ich zwischen Die Arschkater Ich sehe den Schützen Gib mir Deckung Du siehst keiner Das ist das Problem Mh Das kam von da drüben Ich hab's gesehen Sauberer Schuss Ha Oh Ach So Knick knack Hoppala Kommt schon Du darfst gerne fliehen Wir müssen sie finden Kommt schon Hör dich Hör dich Hör dich Hör dich Kassandra Du weißt was zu tun ist Fert Hör dich 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 Wie sind die andere Mal Fackeln machen So Aufheben Watt Watt Hier werden Sie besonders wachsam sein Ne Nicht mehr Äh Hier ist keiner mehr jetzt haben wir uns den schatz das war sein letztes wort drogen in die englern wo sind denn die es war deutlich mehr oder diese wölfe da ist ja was nicht Ist das auch so ein Tempel oder so? Könnte sein, ne? Ich weiß noch. Nee, komm, Alter. Was ist denn das? Das? Da haben wir jetzt ja alles abgekrasst, ne? Soweit. Ah, da hinten können wir noch. Jo. Aber das machen wir das andere Mal. Okay. Euer Klaus. Ciao, ciao. Bis morgen.